Da ist er, der bei Spinew Czumlakowski im polnischen Breschek gezogene und von ihm ebenfalls ausgestellte Sohn des Cordes. Cordes aus der Costa Conte, vom Contendro 1, Landor S, Korofino 1 und dann kommt Landgraf 1 und dann nochmal Gotha. Aus dem Holsteinischen Stamm 53, 31 kommt er zu uns, Hengst mit einem Stockmaß von 1,68 Meter. This is catalog number 58, Westphalian horse, born in Poland, by Cordes and Contendro 1. Auktion, wenn gekürt am morgigen Tage, das gilt für diesen Hengst. Fata Cordes stationiert in Riesenweg bei Ludger Wehrbaum, ist über Clinton und Heartbreaker in den ersten beiden Generationen. Ja, genau so gezogen wie Cornel Dobolinski, war ebenso international hocherfolgreich. Links sehen Sie ihn mit Christian Kukuk abgebildet, war in diesem Jahr unter anderem noch top platziert an siebter Position im Grand Prix der Global Champions Tour von Monte Carlo. Und im vergangenen Jahr gewannen die beiden sogar den großen Preis bei den Löwen-Klassics in Braunschweig, Cordes und Christian Kukuk. Aus dem direkten Stamm, aus der Großmutter auch der gekürtten Stamm. Aus der Hengstenkompetition, aus der Hengstenkompetition der Turnierserie für Springhengste dort. Aus der Hengstenkompetition, 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 aus der Hengsten Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020